Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Dorf-Disco-Box von Finch Asozial. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dorf-Disco von Finch Asozial. So sieht das Ganze aus. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So sieht das Ganze aus. Finch Asozial lesen wir hier oben in gelber Schrift, darunter Dorf-Disco in seinem alten Stil, sehr schön gemacht. Dann rechts haben wir Finch Asozial abgebildet mit verspiegelter Sonnenbrille, der vor Kuhila sitzt, Adidas Trainingsanzug am Start. Und dann haben wir hier so eine abgefuckte Hütte. Das sieht wirklich aus wie eine Dorf-Disco, allerdings dürfte die die besten Jahre hinter sich haben. Aber wer weiß, was darin so abgeht. Hier unten sieht das dann so aus. Also die Treppen zur Dorf-Disco sehen wir hier. Auf der rechten Seite haben wir einen Finch Tag und darunter, darunter Walk This Way, also das Label, wie das Ganze erschienen ist, ist ja Walk This Way Records. Hier oben haben wir Wolken, auf der linken Seite ein kleines Klo, sieht zumindest aus wie ein Klo mit jede Menge Bierflaschen davor. Und auf der Rückseite haben wir Finch Asozial mit kariertem Hemd. Das sieht echt schick aus wie ein Ranger oder ein Farmer, der hier auf der Weide auf seinem Maiskolbenfeld herumspaziert. Credits und Barcode. Jawohl. So, die Box ist richtig schwer und es klappert auch nichts. Das lässt erwarten, dass hier jede Menge Inhalt drin ist und dass die prall gefüllt ist. Es ist eine reguläre Klappbox, bedeutet wir machen das Ganze hier auf. Ja, und wie erwartet, prall gefüllt. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir hier die Bonus-EP, allerdings, das gefällt mir schon mal richtig gut. Dazu kommen wir gleich. Dann mit dabei ein Fanschall. Ein Flachmann. Ein Sticker. Zwei. Drei Sticker. Hier recht groß. Dann hier noch ein Stickerbogen. Jede Menge Sticker. Eine Autogrammkarte. Und drei Poster. Das ist mal nicht schlecht. Und von innen sieht die Box dann so aus. Normalerweise sage ich ja immer von innen die Box glatt schwarz oder glatt weiß. Allerdings muss ich hier ganz besonders hervorheben, das ist hier nicht der Fall. Denn wir haben hier ein spärlich möbliertes Zimmer. So sieht das aus. Wir haben hier eine leere Couch. Dahinter Finch asozial eingerahmt. Ja, Abfahrt. Das sehen wir hier. Rechts im Eck eine Zimmerpflanze. Dann gibt es hier noch so eine kleine Anrichte mit einer Flasche. Das dürfte wohl Berliner Kindle sein. Und dann haben wir hier auch noch einen Bierkasten davor stehen. Und damit nicht genug auch der obere Bereich. Ich weiß nicht, ob das hier rüberkommt in der Kamera. Aber das hier oben sieht aus wie so eine alte Raufasertapete. Also wir haben hier echt, das ist nicht einfach weiß, sondern es ist hier nochmal reingeklebt. Genauso wie unten dieses Wohnzimmer hat das hier so eine Raufaseroptik und ist hier so eine eigene Schicht, die hier reingemacht wurde. Also die Box echt was Feines mit viel Liebe zum Detail hier ausgestaltet. Nicht schlecht. Hier einen Faden verloren vom Schal. Schalen. Gut, dann nachdem hier diese beiden Sachen noch in Folie sind, werden wir die hier mal befreien. So. Und dann starten wir auch gleich mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wie auch schon das Boxcover. Das Ganze kommt in einem Standard-Julecase. Hier auf der Seite in diesem Streifen haben wir dann wieder diese Tapete, die wir vom Innenleben der Box kennen. Also das Wohnzimmer war ja mit dieser Tapete gestaltet. Hier auf der Seite lesen wir dann Finch Asozial Dorf Disco. Auf der Rückseite, wie auch schon auf der Box, hier Finch in diesem Pharma-Stil. Und wir haben dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 15 Tracks. Und wir haben drei Features, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir haben hier ein Feature von Plusmacher, eines von Big Mike und eines von Achim Petri. Ja, der Nachname sollte den meisten an Begriff sein. Das ist nämlich der Sohn von Wolfgang Petri, der bekannte Schlagersänger. Darunter haben wir die Credits und rechts oben einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet, welches ich gerade nicht rausbekomme. So, aber jetzt. Goldie und Koran. Also das ist ein Track, der auf dem Album drauf ist. Dann haben wir hier Finch Asozial mit feinstem Zahnpasta-Lächeln, gebräunter Haut und hier vor dem Vollmond. DJ Heiko, jawohl. Hier ist er. In feinstem Trainingsanzug von Puma. Also das ist wirklich Nostalgie pur. Weitere Fotos. Eskalation. Also hier sind dann so einzelne Tracks thematisch nochmal umgesetzt. Jawohl. Abfahrt hier natürlich mit Thunderdome-Oberteil. So muss das sein. Ist ja mittlerweile echt schon ein Hit geworden. Dann haben wir hier einen weiteren Track hier umgesetzt. Zum Abschluss gibt es ja noch die 601. Hier der Trabi, die schicken Halsketten und dann hier noch die Credits zum Album. Hier gibt es noch Kurzurlaub. Finch im feinen Blaumann. Kein Bock auf Arbeit. Und dann haben wir noch eine sehr ausführliche Danksagung. Gut, soviel zum Booklet. Also sehr passend zum Artwork. Sehr schön umgesetzt. Und hier dann Neongrün kommt uns hier diese CD entgegen. Finch Asozial Dorf Disco. Und jawohl. Das gefällt mir auch richtig gut. Man hat hier nicht nur die Oberseite eingefärbt. Nein, auch die CD an sich ist in feinstem Neongrün gefärbt. Sehr schön. Also wie auch schon im Boxdesign. Sehr viel Liebe hier ins Detail gesteckt worden. Jetzt haben wir hier Finch Asozial in diesem Wohnzimmer, das wir vorhin gesehen haben. Vor seinem Abfahrtsbild. Feine Sache. Aber damit nicht genug. Wir haben hier noch Bonus. Und zwar eine Bonus-EP. Die Vorgluyen-EP. So sieht das aus. Feinste Spirituosen werden hier mitgebracht. Und was mich besonders freut. Das habe ich echt schon ewig nicht mehr gesehen. Wir haben hier so ein ganz spezielles Doppel-Schulcase. Also ich kann mich echt nicht erinnern, weil ich das das letzte Mal gesehen habe. Viele kennen das vielleicht gar nicht mehr. Aber sowas gab es früher. Ich kenne das von meinen Eltern. Die hatten regelmäßig solche Dinge im Regal stehen. Aber das ist schon eine Zeit lang her. Also wie auch schon das Booklet Nostalgie pur. Wir haben hier nicht nur die Bonus-EP Vorgluyen mit 5 Tracks. Sondern wir haben hier auch die Instrumentals zur Bonus-EP. Das hat man auch selten. Plus die Instrumentals zum Album. Also das ist echt eine Menge Zeug. Wir haben bei diesen 5 Tracks der Bonus-EP Features. Und zwar auf jedem Track. Wir haben hier die Bonus-EP. Ein Feature von Asi, MC Bomber, Tamash, King Orgasmus One und Morlock Dilemma. Also diese EP ist deutlich Rap-lastiger als die Dwarf Disco. Denn das Album Dwarf Disco ist, wie der Name es vermuten lässt, so ein bunter Mix. Da ist alles dabei. Von Schlager bis hin zu Thunderdome. Dann haben wir hier nochmal das Cover. Sehr schön. Also das Booklet. Sogar die EP hat ein Booklet. Das Netz voller Spiritosen. Dann hier die Credits zur EP. Jawohl. Und ist jetzt auch, es ist nicht zu glauben, wir haben auch die Bonus-EP hier besonders eingefärbt. Wir haben das Ganze hier in Neon Orange. Und das ist auch ein absolutes Highlight. Also die CD in Neon Orange. Nicht schlecht. Also hier wurde echt Detailarbeit sehr, sehr ernst genommen. Und auf der Rückseite kommen wir dann natürlich noch zu den Instrumentals. So sieht das aus. In Neon Grün. Und auch diese CD wieder eingefärbt. Also. Da hat man sich echt viel Mühe gegeben. Gefällt mir sehr gut. So. Nachdem das jetzt schon etwas lange gedauert hat, werden wir den Rest ein bisschen schneller abhandeln. Wir haben hier eine Autogrammkarte im Querformat. Das Wohnzimmer. Ihr wisst Bescheid. Oben links lesen wir Finch A Sozial. Hier die Unterschrift. Rückseite blank weiß. So muss das sein. Dann haben wir Sticker. Und zwar einmal diesen hier. Coversticker quadratisch. Dann Finch A Sozial Dorf Disco kreisrund. Finch A Sozial in Blau-Weiß im Rechteck. Also im Querformat. Und dann haben wir hier mit drei Stickern nicht genug. Wir haben hier noch einen Stickerbogen. Mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stickern extra. Drei davon hier so Schriftzüge. Und drei davon hier Finch abgebildet in den diversen Outfits. Wunderbar. Also hier gibt es ja nochmal neun Sticker oben drauf. Nachdem der Alkohol ja ein Riesenthema ist. Bei dem guten Herrn ist natürlich auch ein Flachmann dabei. Der kommt in dieser kleinen Kartonhülle. Dann haben wir hier noch eine Anleitung, wie dieser zu benutzen ist. Das erspare ich euch an dieser Stelle mal. Und so sieht dann der Flachmann aus. Der Flachmann hier in diesem klassischen Metallic Look. In diesem Silber Look. Und hier schön gebrandet mit Finch A Sozial Logo. Also wir haben hier die Fresse des ostdeutschen Hesselhofs. In diesem wunderbaren Lorbeerkranz. Finch A Sozial Schriftzug darunter. So sieht der aus. Stainless Steel lesen wir hier. Dann kann man den hier natürlich entsprechend aufschrauben. Und mit dem Getränk eurer Wahl befüllen. Und dann seid ihr bereit zur Abfahrt. So, dann haben wir mit dabei Poster. Und nicht nur ein Poster. Nein, wir haben hier drei Poster. So, auf diesem Poster ist nicht allzu viel zu sehen. Das liegt daran, dass wir hier einen Starschnitt haben. Also, ihr kennt das vielleicht noch aus den Magazinen eurer Jugend. Wir haben hier drei Poster, die man hier dann entsprechend zusammenhängen kann. So rum macht das am meisten Sinn. Also, wir haben hier unten einmal so den Brust- bzw. Bauchbereich. Dann darüber hier die Hände und das Gesicht. Und oben der Abschluss dann mit der wunderbaren Frisur und dem Schriftzug Dorf Disco. Also, der Starschnitt hier in drei Teile. Alle diese drei Poster hier im Querformat. Und wenn man die dann kombiniert, dann hat man Finch A Sozial in entsprechender Größe an seiner Wand. So, und wir kommen zum letzten Boxinhalt. Das ist ein Schal. Wir haben hier einen Schal in der schönsten Farbkombination, die es gibt, nämlich Schwarz, Rot und Weiß. Wir lesen hier einmal am Ende Finch A Sozial. Dann haben wir hier in Schwarz und Rot in großen Blockbuchstaben Abfahrt mit einem Rufzeichen. An diesem Ende lesen wir dann auch wieder den Namen des Interpreten. Und auf der Rückseite lesen wir dann in dieser geschwungenen Schrift einmal Dorf Disco. Dann haben wir hier eine Flasche und eine Zigarette. Also, hier wird wohl getrunken und geraucht. Und dann lesen wir hier wieder Finch A Sozial. Dann auch hier wieder Zigarette plus Flasche und Dorf Disco. Also, die beiden Seiten sind unterschiedlich bedruckt, bestickt. Und hier lesen wir dann auch noch, das Ganze besteht aus 100% Polyacryl. Das ist immer das Material dieser Schals und ist made in EU. Jawohl, Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Schal, der Fanschal. Dann haben wir hier diese drei Poster im Querformat, die sich zum Starschnitt zusammenfügen lassen. Die drei großen Sticker plus diese sechs Sticker auf dem Stickerbogen. Insgesamt neun Sticker. Die unterschriebene Autogrammkarte, der gebrandete Flachmann. Die Bonus-EP, die Fortlune-EP mit fünf Tracks plus fünf Instrumentals plus Album-Instrumentals in diesem Doppel-Jule-Case. Und natürlich das Album an sich, Dorf Disco mit 15 Tracks, womit wir auf insgesamt 20 Tracks plus 20 Instrumentals kommen. Und dann, jawohl, das alles gibt es in dieser wunderbaren Box Dorf Disco von Finch Asozial. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Finch Asozial unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!